Sicher, schneller, weiter. In jedem Rennen riskiere ich als Fahrer alles für den Sieg. Deshalb steht Sicherheit für mich an erster Stelle. Ich bin David Schumacher, Rennfahrer in der Formel 3 und Markenbotschafter für Dekker. Der Head & Neck Support, das Hans kurz genannt, erschützt uns in vielen Situationen, am Nacken und auch in der Wibbelsäule. Also bei einem heftigen Unfall haben wir teilweise bis zu 40, 50, 60 G, was extrem hoch ist. Und wenn das alles auf den Nacken kommt, beim zum Beispiel Frontalanschlag, das den ganzen Nacken nach vorne zieht, das überdehnt die Wibbelsäule extremst. Und dafür wurde dieses Hans entwickelt, damit das nicht passiert. Um das Hans-System anzuschließen, ist es ganz einfach, hier hinten mit diesem kleinen schlüsselförmigen Detailstück im Helm einhängen, runterdrücken und nach hinten ziehen. Dadurch ist der Helm fest am Hans. Wenn ich einen Unfall habe, ist der Hans hier mit den Sicherheitsgurten befestigt und kann sozusagen sich nicht bewegen. Durch die Fliehkräfte fliegt der Kopf natürlich nach vorne bei einem Frontalanschlag. Aber der Hans mit den Gurten im Kontakt hält den Kopf dann quasi fest und der Kopf kann nirgends hin. Ich habe hier hinten auch noch zwei solche Polster, die mit Luft gefüllt sind, um mir das ein bisschen zu vereinfachen. Denn ich habe ein ziemlich großes Schlüsselbein. Das Teil ist voll Carbon und wenn das mit so einem ganz kleinen Schaumstoffpad einfach nur auf dem Schlüsselbein liegt, das ist nicht sehr angenehm. Dadurch habe ich die hier bekommen von meinem Sponsor. Er hat mir dadurch geholfen und es macht einiges deutlich einfacher. Ich weiß noch, damals hat mir mein Vater erzählt, als das Hans neu war, es war sehr ungewohnt. Es haben sich viele Fahrer darüber beschwert, dass es ungemütlich sei, dass es im Weg steht. Man kann den Kopf nicht frei bewegen. Ich zum Beispiel, ich kenne es nicht anders. Ich bin es gewohnt, es ist so und ich bin auch froh darüber, dass es es gibt. Inzwischen gehört das Hans schon zur Standardausrüstung eines jeden Rennfahrers, denn es rettet Leben. Ich bin David Schumacher, Rennfahrer in der Formel 3 und Markenbotschafter für DEKRA. Mehr unter DEKRA.de